Hallo und herzlich willkommen in mehreren Tutorials. Heute werde ich euch zeigen, wie man Five Nets of Freddy's kostenlos spielen kann. Aber was man machen muss, ist Scra... Scra... Schreiben... Und ich habe es sicherlich falsch gemacht. Wenn wir jetzt hier gehen, steht hier ein paar Verarschungspersonen. Warum denn ja auch das Spiel... Spiel... Spiel ist... Kostenlos ist ja auch sicherlich scheiße. Five Nets of Freddy's 2... Weil es funktioniert... Du hast hier Five Nets of Freddy's 2, klickst dann das erste... Und wenn wir jetzt Five Nets of Freddy's spielen... kostenlos. Ja und hier Five Nets of Freddy's Sachen gibt's... Wenn man das Freddy's 2... Und Loading Project steht da... Es muss bis hier laden... Wart's da ein bisschen... Und dann gibt's da ein Spiel, der gar nicht funktioniert... Natürlich müsst ihr's kaufen, wenn ihr wollt, dass es funktioniert. Ja... Ich spiel's in den... In den... In meinen Dings... Du musst hier drücken... Ihr könnt aber nicht... Mit... Volles Bildschirm machen... Natürlich wird das nicht funktionieren... Und als Maudu... Hä? Funktioniert ja... Ja, nicht super, wie ich gedacht hatte... Ja, Klicken funktioniert absolut nicht... Aber hier ist es für euch Lo... Denn wenn ihr Scratch spielen wollt... Wenn ihr das Spiel... Wollt kostenlos zu haben... Geht ja einfach mit Scratch... Das geht für alle Spiele... Tschüss!